Ich habe zum ersten mal eine Diffusor-Cap probiert und hatte so viel Spaß. Im Locken-Styling habe ich die Hauptgut festgebunden, denn sonst fliegt sie mir weg. Jetzt kommt auch schon der Föhn zum Einsatz. Hier habe ich das Ende der Diffusor-Cap an den Föhn angebracht, was super einfach und flexibel war und der Halt war stark. Ich hatte nicht nur Spaß, sondern meine Locken waren schnell trocken und ich konnte nebenbei Kaffee trinken und arbeiten. Nachdem meine kurzen Locken nach circa 10 Minuten trocken waren, habe ich sie aufgeschüttelt und ich war super happy über das Ergebnis, das Volumen und die Definition.